Die Venoms da momen gerade ein paar Nostens, Alter, guck mal wie die Nostens heulen. Ich hasse euch alle so hart und ihr seid so ekelhaft, guckt euch doch alle mal an. Und ihr, ich und meine Bros, wir werden euch alle vernichten. Was, Freunde, ich muss da unbedingt hin. Moistie, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Leute, ihr seht schon, wir sind hier gerade aufgewacht, aber Freunde, bevor ich weiterrede, ich möchte mich einfach nur wirklich einmal für diesen kranken Support aktuell auf meinem Kanal bedanken. Es wird dich viel, viel, viel zu krank, Freunde. Wir sind einfach wirklich kurz vor 10.000 Abonnenten, deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich denke, wenn das Video online kommt, dann sollten wir die 10.000 Abonnenten auch schon haben, beziehungsweise kurz nachdem es online gekommen ist. Deswegen, Freunde, wirklich vielen, vielen Dank für diesen unnormal geisteskranken Support. Vielen, vielen Dank, ich kann mich einfach nur bedanken. Und ja, komm mit dir, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen spazieren gehen, Freunde. Aber ich möchte natürlich wie immer drei Leute grüßen. Deswegen grüße ich auch heute mal wieder drei Leute, die mit dem Hashtag Glocke aktiv kommentiert haben und die einfach mal ein Abo dagelassen haben, den Kanal abonniert haben, die Glocke aktiviert haben, ein Like dagelassen haben und das Video mit ihren Freunden geteilt haben. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich fange da jetzt erstmal an. Liebe Grüße gehen raus an den lieben TheRealLasagna. Er hat mit Hashtag Glocke aktiv kommentiert und bist der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank an dich, Bruder. Dann grüße ich noch die liebe Daria, Hashtag Glocke aktiv. Küsse gehen raus an Reloaxi. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und dann grüße ich noch den Ehrenbruder SniperZ. Und zwar er hat mit wildes Video, Bruder, kommentiert. Und vorhin er hat zwar nicht mit Hashtag Glocke aktiv kommentiert, aber der Ehrenbruder ist schon so lange am Start und hat sich auch Mitglied. Gut, deswegen vielen, vielen Dank an dich, Bruder. Und ja, Komitee, ich würde sagen, wir werden hier jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen spazieren gehen. Wir werden gucken, was hier so in meiner Stadt los ist. Ihr wisst ja, in den letzten Folgen haben wir immer mal wieder ein paar Leute gekillt. Und ja, Komitee, wir werden da jetzt auf jeden Fall hingehen. Ihr seht, da hinten ist irgendwie so Gas oder so. Und ja, Freund, was ist da hinten los, Digga? Da steht so ein Venomskin. Lass mal zugucken. Alter, was? Da sind ganz viele Venoms sogar. Aber da lief doch gerade noch eine Mystique hinten lang, oder nicht? Egal, Freund, lass mal da hingehen. Hä, was machen die mit den No-Skins? Lass mal zuhören. What the fuck? Bitte lasst uns doch in Ruhe. Was wollt ihr denn von uns? Wir sagen euch nicht. Digga, schaut doch euch erstmal an. Wie sind wir wenigstens normale Menschen im Gegensatz zu euch? Was haben wir euch angetan? Oha, was, Komitee? Die Venoms da momen gerade und ein paar No-Skins. Alter, guck mal, wie die No-Skins heulen. Und guck mal, der eine Venom sagt gerade irgendwas, dass er No-Skins über alles hasst und die Mama momen wird. Lass mal zuhören. Ey, ich hasse euch alle so hart. Ihr seid so ekelhaft. Guckt euch doch alle mal an. Ganz ehrlich, ich und meine Bros, wir werden euch alle vernichten. Was, Freund, ich muss da unbedingt hin? Ey, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Alle weg, sofort weg. Ey, Komitee, die rennen weg. Ey, ey, bleib stehen, Mann. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ey, komm, komm, wieder herkommen. Hä? Was ist das, Mystik? Das sind doch Venoms, oder nicht? Egal, No-Skins, geht's euch gut? No-Skins, alles gut bei euch? Danke. Ganz, danke, dass du uns geholfen hast. Alles gut bei euch, No-Skins. Was ist passiert, Digga? Was waren das für Leute? Die haben uns einfach gemobbt, weil wir No-Skins sind. Wie, die haben dich gemacht, weil du No-Skins bist, Jerome? Ja. Und dich auch, Benny Boy? Ja. Oh, heitiger, was war das für Ehrenlose, Mann? Ey, die rennen weg. Sind das alles Venoms, oder was sind das für Skins? Ich glaube, zwei von denen sind nur als Venom verkleidet. Ach, wie jetzt? Also, es gibt einen echten Venom. Der Typ bleibt da ja sogar stehen. Also, es gibt wahrscheinlich einen echten Venom. Und zwei, die ihn faken, oder wie kommt der eine? Die verstecken sich da, Freunde. Lasst mal hier weggehen. Ich glaube, die kommen gleich wieder. Komm, kommt hier hinten hin. Kommt hier hinten hin. Und was haben die mit euch gemacht? Haben die euch jetzt gemacht, weil ihr No-Skins seid, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe erst vor kurzem ein paar Leute, die, äh... Ey, die kommen wieder, die kommen wieder. Kommt hier rein, kommt hier rein. Geht rein, ich rege das mit denen. Ey, was wollt ihr, Mann? Wer seid ihr? Hendo! Ey, Digga. Oh mein Gott, was ist bitte mit euch? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Bist du ein Beschützer der No-Skins? Normal bin ich ein Beschützer der No-Skins. Und wer seid ihr jetzt? Ja, Digga, wir hassen halt einfach No-Skins. Ist so. Hä, und ihr seid alle Venom, oder wie? Ja, normal. Schau uns an. Guck mal. Ja, eigentlich. Ich bin euch ehrlich, der Skin sieht so heftig aus, aber ich habe gerade noch gesehen, dass hier einer von euch Mystique war. Wer von euch war hier Mystique? Irgendeiner ist hier doch ein Lügner. Der ist abgehauen. Was laberst du? Was für Mystique? Also ihr seid jetzt alle echte Venoms, oder wie? Ja, natürlich. Und warum mobbt ihr No-Skins? Ich meine No-Skins, guck mal, die Arme, die verstecken sich da. Die sind richtig eingeschüchtert gegen euch. Oh, wie ekelig. Oha, Junge, chill doch mal. Warte, weißt du, warum wir die mobben? Warum mobbt ihr die? Wir werden die No-Skins mobben, bis die nicht mehr können, und dann werden wir die in unseren Körper verschlungen, wie wir das auch schon mit Mystique, mit anderen No-Skins und mit vielen, vielen mehr Leuten gemacht haben. Alter, ihr seid doch krank, Mann, dass ich hier zu dritt ein paar No-Skins hier in meiner wunderschönen Stadt, Mann, wisst ihr, was ich mit Leuten wie euch mache? Das mache ich mit euch. Also, Jungs, ich würde lieber hier aufpassen, ne? Geht jetzt weg, anders werde ich euch alle töten. Und ich werde hier noch den echten von euch herausfinden. Es gibt, ich glaube, es gibt zwei Faker von denen, und es gibt einen echten. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall den echten herausfinden. Wenn wir den echten ausschalten, dann sind die auf jeden Fall raus aus meiner Stadt. Deswegen, ja, wir gehen mal wieder zu den No-Skins. Ey, No-Skins, alles gut bei euch jetzt? Digga, ich habe Angst, dass wir uns töten. Ey, No-Skins, schau mal, alles wird gut, okay? Und wir müssen auf jeden Fall versuchen, also, ihr müsst einfach stark bleiben, okay, Jungs? Ja, machen wir. Ja, okay, komm, auf jeden Fall Herr Schweineback und, ja, Fischi sind heute leider nicht am Start. Ich glaube, die sind noch zu Hause. Deswegen, Jungs, seid ihr vielleicht dabei, wenn wir die Vendoms jetzt suchen? Wir müssen auf jeden Fall den echten finden und den echten ausschalten. Und die Faker müssen wir auch bezwingen und gucken, ob das wirklich jetzt Mystiques sind oder Vendoms, okay? Ja, okay, wir sind auf jeden Fall dabei. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall suchen. Also, wie gesagt, hier hinten wohne ich. Wollen wir mit meinem Auto fahren? Ne, das lassen wir da erstmal stehen. Da hinten ist einer, da hinten ist einer. Ey, wer bist du, Mann? Komm her, komm her, komm her, komm her. Hey, was willst du? Komm her. Ey, Digga, ganz ehrlich, du kommst jetzt mit, Junge. Dass du dich hier noch draußen in meiner Stadt herumlaufen, komm jetzt sofort mit, komm jetzt sofort mit. Geh da in die Ecke, geh da in die Ecke. Ich muss dir mal jetzt mal was sagen, okay? Ähm, diese, diese zwei Mystiques hast du ja gerade gesehen, ne? Das sind zwei Mystiques. Ich bin der echte Venom. Ey, Nosekins, haltet wach, okay? Ich rede mit dem Venom weiter. Ey, Venom, bist du am Startblow? Ja, okay. Also, ähm, du musst wissen, diese zwei Venoms, sag ich mal, die, ähm, das sind eigentlich Mystiques und die zwingen mich, Nosekins zu machen, weil, guck mal, die können sich halt nicht verwandeln. Also, warte mal, warte mal, also, du, du bist eigentlich ein, du bist der echte Venom. Ja, und ich bin eigentlich, ja, ich bin auch ein bisschen böse, aber ich bin eigentlich auch ein Held. Und das sind zwei komplette böse Menschen. Okay, dann komm mal, komm mal mit raus ein bisschen an die frische Luft, Mann. Ich sag dir ehrlich, ich glaub dir das, Mann, weil, äh, Mystiques würden sich ja jetzt schon zurückverwandeln, oder wie ist das? Ja, ja, eigentlich schon, aber irgendwie haben die ihre Kräfte etwas, äh, politiziert. Okay, Community, also, wie gesagt, hier irgendwo in der Stadt sind zwei Faker von, äh, Mystiques. Aber was soll das denn? Warum mobsst du hier die Nosekins? Möchtest du dich nicht entschuldigen, oder so? Ja, also, Nosekins, auf jeden Fall, es tut mir leid, ähm, diese zwei Mystiques, da haben halt auch meine Kräfte, wenn sie sich in mich verwandeln. Und zwei gegen einen, ja, geht halt nicht. Also, es tut mir sehr leid. Wir werden diese zwei Leute ausschalten. Nosekins, nehmt ihr den Entschuldigung an von dem? Ja, wir nehmen sie an, weil sie sind, die hat uns gute Menschen. Wir müssen dann auf jeden Fall jetzt versuchen, die Mystiques zu finden, die hier irgendwie dich faken. Da steht einer, da steht einer, ey, komm her, komm her, komm her. Jungs, der ist da hinten, komm, wir rennen hier hinten, wir rennen hier hinten, er rennt hoch, glaub ich, komm, 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 komm. Ey, komm sofort her, komm sofort her. Ich hab ihn für Long, ich hab ihn für Long, Community. Jungs, wir teilen uns auf und suchen den Venom, okay? Okay, Community, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Venom suchen, der hier, die, äh, ja, den anderen Venom faken, und einfach die Nosekins modd, der muss hier irgendwo sein. Ey, wo bist du, Mann, zeig dich. Warte, wir sind jetzt ganz oben, lass uns mal auf dem Dach gehen, vielleicht, okay. Ey, hast du irgendwas gefunden? Los geht, hast du irgendwas gefunden? Ich hab noch nichts gefunden. Okay, 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 wir müssen ihn auf jeden Fall finden, Freunde, ich würd sagen, wir laufen mal runter. Ey, Jungs, 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 seid ihr eigentlich hier, wo ist der andere? Jungs, 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 alles klar. Keine Ahnung. Okay, warte mal, wir haben ihn verloren, ich glaube, vielleicht hat der andere ihn gefunden, wir müssen den anderen finden und dann, ey, ey, wenn man alles gut bei dir, Bro, du machst irgendwie die ganze Zeit so, du bist ganz so aggressiv drauf. Ich hab Aggression von, von diesen zwei, ich hasse dich. Okay, Bro, ich merk's auf jeden Fall, Digga, wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall finden, okay? Also, wir machen das jetzt so, du läufst mit ihm und ich such dann den anderen, okay? Ja, okay. Okay, okay, Komitee, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, den Nosekin zu finden, der muss hier doch irgendwo sein, der, Alter, wo ist es ja nicht, dass Vanim ihm irgendwas angetan hat? Ey, guck mal hier nach, hier ist auch niemand. Oh Mann, Freunde, wo können die denn nur sein, ey? Okay, Komitee, hier ist nichts, vielleicht ist ja doch draußen irgendwo etwas. Jungs, habt ihr irgendwas gefunden? Nein, bis jetzt noch nix. Okay, Jungs, lauf mal weiter, ich such mal weiter hier. Ey, die sind da, die sind da, Jungs, die sind da, lass mal zuhören, was machen die da? Ey, was macht der mit dem Nosekin, stell dir das hin. So, ich hab dich jetzt in Gefangenschaft und deine Freunde haben mich auch nicht gefunden. Hä? Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall Mystique. Ey, bleib stehen, ich weiß genau, dass du Mystique bist. Bleib sofort stehen, geh in die Ecke. Ey, ich bin weiter, ich bring die Nosekin dir an, Junge, bring die Nosekin dir an, Junge. Geh sofort in die Ecke, lass deinen Bruder an Ruhe. Geh in die Ecke, lass den Nosekin, Ruhe, ich werd mich hier vorstellen, du wirst ihm nichts antun. Bleib da jetzt in der Ecke stehen. Wir wissen genau, dass du Mystique bist. Ey, Venom, Bro, hast du irgendwas zu ihm zu sagen? Ich hab denen alles erzählt, was ihr mir angetan habt. Ganz ehrlich, ihr werdet beide elendig verrotten. Ey, Zia, du bist hier der Verräter, Mann. Du bist eigentlich eine Mystique und nie bist hier als ein Venom aus. Was soll das eigentlich? Schau mal. Ganz ehrlich, du kommst jetzt, du kommst mit, du bist jetzt erstmal eingesperrt. Wir sind verhaftet, kommen sie mit. Und was, wenn ich nicht mitkomme, hä? Was dann? Dann wirst du sterben. Äh, warte mal, eins, zwei. Ey, woher kommst du jetzt, Mann? Dann, Jungs, 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 Jungs. Nimm die Waffen raus, nimm die Waffen. Los, schieß, 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 schieß. Okay, okay, weg, 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 weg. Jungs, ich dachte, ich dachte, du wärst das Venom, Digga. Ey, Venom, Bro, du bist der Echte, ne? Ja, ich bin der Echte. Alter, ich bin so verwirrt, Jungs. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Echte ist und wer der Faker ist. Das sind einfach so viele. Bei einem von euch jetzt rauscht einfach so krass, komm ich. Das ist so krank, Digga. Deswegen, ja, Freunde, ich würde sagen, wir suchen mal hier weiter. Da oben ist der, da oben ist der. Komm, 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 nein. Alter, das war Mystique, das war Mystique. Komm, 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 hinterher, hinterher, hinterher. Ey, wo läuft der hin, wo läuft der hin? Komm sofort wieder her, komm sofort wieder her. Alter, wir werden die einfach nicht finden, Mann. Die laufen die ganze Zeit weg. Warte mal. Der ist der hier in der Mülltonne, glaube ich. Bleib, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib jetzt stehen, sonst eins schießt dich. Bleib sofort stehen. Geh da in die Ecke. Mystique, wir haben dich jetzt. Du wirst jetzt sagen, was du hier willst und warum du hier den Venom fackst und damit Nosekin smoppst. Es tut mir leid, aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich wurde dazu beauftragt. Wie, du wurdest dazu beauftragt? Wer hat dich beauftragt? Nein! Du mieser Verräter! Was? Was, 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 was? Was habt ihr mit ihm gemacht, Mann? Ey, ey, los, gestell dich hinter mir. Wer hat ihn gerade gekillt? Hast du ihn gerade gekillt? Nein, das weiß ich nicht. Ich hab die ganze Zeit meine Waffe auf ihn gerichtet. Ich, ich hab's genau gesehen, Mann. Du hast ihn gerade gekillt. Ey, Ben, 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 geh lieber nach hinten. Ben, geh lieber nach hinten. Hä? Warte mal. Ich dachte, du bist gerade gestorben. Ich bin nicht gestorben. Hä, woher kommst du mal nicht? Ich hab dich doch, du hast ihn doch gerade noch getötet, oder nicht? Ich bin so verwirrt. Nein, 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 ich bin nicht gestorben. Das war so ein Missgeschick zu sehen. Äh, und wer ist hier gerade gestorben? Äh. Weiß ich gar nicht. Wir sind jetzt alle. Wir sind jetzt alle gegen einen. Guck mal. Ey, ja, wir sind alle gegen einen. Mystique, renn lieber weg, sonst werden wir dich kriegen. Okay, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Ey, alles gut bei dir, Benny, Bro? Ja, alles gut. Okay, ey, guck mal, dann... Bist du das, Bruder? Ja, was geht's? Ich dachte, du wärst tot. Nein, 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 ich nicht. Aber der andere, der andere ist gestorben, der andere Bösewicht. Ey, Jungs, ich bin euch ehrlich, es ist schon so spät. Man, lass uns erst mal nach Hause gehen. Wenn, Bro, du kannst gern bei mir schlafen, äh, schlafen. Du kannst dann mit deinem Bruder nach Hause gehen, okay, Ben? Ja. Okay. Okay, okay, Jungs, ich würde euch allen eine gute Nacht, ne? Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht. Ey, Venom, komm, wir gehen zu mir nach Hause. Ey, aber Venom, Bro, ich könnte schwören, dass ich gesehen habe, wie der eine No-Skin-Jerome gerade gestorben ist, Mann. Ja, ich auch. Irgendwie, ich weiß noch nicht, was da los ist. Irgendwie hat der überlebt, ne? Ich check's auch nicht. Warte mal, Bro. Äh, das... Nein, das war doch Mystique, Mann. Stell dir bis dahin. Oh mein Gott. Ey, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Ey, das war auf jeden Fall Mystique. Komm, 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 komm. Hilfe! Nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Mein Bruder und Jerome wurden gerade umgebracht. Hä? Von wem wurde umgebracht? Irgendwo ist Venom. Irgendwo ist der Typ. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ey, Junge, sag mal leise. Geh sofort in die Küche. Geh sofort in die Küche. Geh sofort in die Küche. Warum? Sag mir jetzt, wer du bist. Sag mir, wer du bist, Mann. Ich bin Ryan nix. Du bist nicht Ryan nix, Mann. Du bist... Oh mein Gott, Komitee nix. Ich check nicht mehr, wer wer ist, Mann. Du bist du... Hier, da ist sie, da ist sie, da ist das Ding gesehen. Hier, hier. Wo, 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 wo ist sie? Der war, Bro. Ich trau mich nicht nach vorne zu gehen. Äh, lass mal runtergehen, Bro. Schau dir. Da war der gerade. Komm, 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 komm. Du musst hier irgendwo unten sein. Ja, ich hab dich halt gesehen. So ein Haar von ihm hab ich gerade gesehen. Ey, ey, Ben, Bro. Ben, 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 Ben. Wart mal, fahrst du uns hier gerade? Wer bist du? Nein. Wer bist du, Mann? Sag jetzt, wer du bist. Geh, geh da sofort in die... Geh da sofort in die... Geh da sofort in die... Geh da sofort in die Badewanne rein. Geh sofort in die Badewanne rein. Wer bist du jetzt, Digga? Wir werden jetzt warten. Oh mein Gott, wer ist da? Guck mal, guck mal. Da oben hast du ihn gehört. Hast du gehört. Da ist echt Venom. Warte, warte, warte. Ich kann... Oh mein Gott, ich hab Venom. Schau mal, ich hab... Nein. Ey, du bist Mistik, Mann. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib sofort stehen. Sonst werde ich dich auch umbringen. Sonst werde ich dich auch umbringen. Hör zu. Warte, hast du ernsthaft Ben und Jerome umgebracht? Ja, hab ich. Ja, lecker. Alter, what the fuck? Ich dachte immer, Venom wäre der Böse, aber du bist hier die Böse, Mann. Wegen dir hat Venom so ein schlechtes Bild, Alter. Was soll das denn? Ist das nicht schön? Das ist überhaupt nicht schön. Ey, Venom, Bro, ganz ehrlich. Nein, nein, lass ihn. Oh mein Gott. Wer, 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 wer. Oh mein Gott, Venom, Mann. Alle sind gestorben, außer wir beide. Bro, was sollen wir denn jetzt noch machen? Gibt's doch irgendwelche Überlebenden in der Stadt? Digga, wir haben alle getötet, Mann, weil die sind... Oh mein Gott, komütig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ey, Venom, Bro, ist alles gut dann wenigstens bei dir? Ja, ich hab einen kleinen Schuss ins Herz bekommen, aber das geht schon, ich halt das aus. Okay, Venom, Bruder, dann lass auf jeden Fall jetzt hochgehen, Digga. Alter, Freunde, das war der schlimmste Tag heute, Mann. Wir haben einfach die zwei Nosekins verloren plus nur noch der Venom lebt und ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen, Mann. Wir haben alle verloren, Mann. Venom, ist denn bei dir wenigstens alles gut, Bro? Ja, warte, Oxi, bleib mal stehen, ich muss dir was sagen. Was ist los, Mann? Ich hab alles kontrolliert. Es lief alles nach Flan. Du hast mir geglaubt, wie dein Eve, du bist einfach. Wie? Diese zwei Mystiques waren meine Handlanger. Wie, jetzt warte mal. Venom, Bro, bist du jetzt doch böse, oder was? Ja, und du hast mir einfach geglaubt, wie naiv bist du eigentlich? Ey, du bist so ein Verräter, ne? Ich hab dir so vertraut, Mann. Ich hab versucht, die Nosekins... Digga, was bist du eigentlich für ein böser Mann? Geh sofort weg hier. Digga, was soll das denn? Und die leben ja noch, die zwei. Wie macht ihr das, Jungs? Venom, komm sofort her. Komm sofort her, Venom. Was ist hier los, Mann? Das kann ich nicht so weggehen. Sag mir, was hier los ist. Es wird jetzt dein Ende sein, sei ich dir ehrlich. Ich werd' nicht töten müssen. Also, wir kommen von einem anderen Planeten und wir wollen diese ganze leckere Fortnite-Karte essen. Die schmeckt so gut oder sieht so lecker aus. Und deswegen müssen wir erstmal alle von euch ekligen Menschen hier beseitigen. Wie jetzt, ihr möchtet die ganze Fortnite-Karte und meine wunderschöne Stadt Lazy Lake essen, oder wie? Was für wunderschön die ist? Pot hässlich. Alter, was bist du? Ich sag dir echt, das wird jetzt dein Tod sein, Mann. Du hast zwei Nosekins auf dem Gewissen mit deinen komischen, äh, mit deinen komischen Freunden. Guck mal, du bist doch Venomann, Digga. Ich hab dir echt vertraut, Digga. Ich hab dich wie ein Bruder gesehen, hab mit dir versucht, hier die zwei Nosekins zu beschützen, hab mit dir versucht, deine Faker zu finden und du bist jetzt einfach böse und möchtest mich töten. Ist das dein blöder Ernst? Tja, das ist mein Ernst. Und wenn du mich jetzt tötest, das bringt dir auch nichts. Ich hab dir vertraut, Mann. Ich hab dir richtig vertraut. Ja, wenn du mich jetzt hörst, das bringt dir eh nichts, weil die Welt wird eh bald untergehen. Galactus kommt, das weißt du schon, oder? Ich sag dir ehrlich, Mann, ich werd dich jetzt töten, Digga. Ich werd dich töten. Doch, doch, es bringt dir nichts. Es bringt mir nichts, ganz ehrlich, es bringt mir wenigstens Frieden, Mann. Oh mein Gott, Komitee, ich glaub's nicht. Einfach alle, alle sind einfach tot, Mann. Es sind einfach alle wirklich gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Oh Mann, Freund, ich würd's sagen, falls euch das Video dir gefallen hat, dann lass unbedingt ein Abo und ein Like da. Ich werd auf jeden Fall gucken, wie wir irgendwie die Zeit zurückdrehen können oder ob wir irgendwas machen können, um die ganzen Leute hier wieder zu holen, Freunde. Ähm, ja, Freunde, das war's jetzt auch mit dem Video. Vielen, vielen Dank für die 10.000 Abonnenten. Und ja, Kurs geht raus. Bis zum nächsten Video, euer Vlogsi und ciao, Leute.